moin hinrian halli hallo hey ist hier schon was aufgefallen es ist herbst ja und vor allem haben wir bald schon wieder weihnachten weihnachten findest du weißt du weißt du was ich bei weihnachten immer total schlimm finde lebensmittel vergiftung ja aber das ist meist ja schon hat man ja noch schon hinter sich katzen die die weihnachtsbaumdeko runterschmeißen deswegen bin ich ein hundemensch hunde die katzen jagen die die weihnachtsbaumdeko runterschmeißen das finde ich nicht schlimm das finde ich total toll hunde mit lebensmittel vergiftung die katzen fressen die die weihnachtsbaum beleuchtung runterschmeißen das wäre in der tat ätzend weil hunde mit lebensmittel vergiftung wenn die rumkotzen das ist nee gut dann haben wir die frage ja geklärt ja ja gut ich meine abgesehen davon dass auch mit diesem ganzen menschen und feierlichkeiten und so ich meine irgendwie so familienzeugs passiert da ja auch noch so ein bisschen aber was 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 hast du bist jetzt immer so an weihnachten was was schreckt dich davor ab oder was was sind so all jährliche probleme die du da immer wieder sie ist dass ich die streitereien an weihnachten immer um die gleichen themen drehen bist du da selber mit treiber oder hältst du dich da vornehm zurück und hast erstmal nur zu nee das ist ja quasi rituell man kennt ja seine rolle in dem spiel du kannst du kannst du kannst auch noch ein bisschen so anstacheln ja so eine art krippenspiel aber mit messern okay ja wie sieht es bei dir so mit geschenken aus finde ich super bekomme ich gerne und bei dir ja das thema mit den erwartungshaltungen ist da natürlich immer immens groß ne ja das ist richtig also ich bin auch unglaublich schlecht darin das passende geschenk auszusuchen nicht wegen des interesse meinem gegenüber gegenüber sondern ich bin einfach unkreativ also ich habe ganz oft diese kreativitätsschübe in dem moment wenn das geschenk verschenkt wurde naja also es kommen einem ja schon öfter irgendwelche ideen aber meistens ist also viele sagen ja irgendwie so weihnachten zeit der besinnlichkeit der ruhe dies das oder so aber das ist ja nicht der fall das ist so eine erfindung von coca cola ja alles hähnchen oder alles magi wie war das ich weiß es nicht alles nestle oder was naja aber aber die eigentliche also wenn man dann irgendwann mal zur ruhe kommt und das ist meistens erst irgendwie so danach dann so ach guck mal das und das und das wäre eigentlich ganz gut weil vorher ist der kopf mit ganz vielen anderen sachen voll stimmt zum beispiel sauerbraten ja da ist nicht der kopf mit voll sondern der bauch hoffentlich ja aber erst der kopf sonst würdest du ja quasi uns hättest du eine wartungsklappe wo du einfach das fleisch reinsteckst und wieder zumachst und ich glaube dann möchte ich nicht sehen wie du sauerbraten ist das ist ja sag mal wie thema geschenke wenn wir jetzt sagen okay geschenk aussuchen ist so ein thema aber es gibt ja noch was anderes was problematisches bei geschenken das stimmt man weiß nie wo man den kassenbogen hinlegt damit das gegenüber das geschenk zurückgeben kann packt man das in den karton legt man das in einen separaten umschlag macht man einfach direkt einen gutschein weil man genau weiß dass das geschenk scheiße ist und zurückgegeben wird faxt man es vielleicht einfach zu im nachhinein den bon oder das geschenk dem den bon wobei hier hast du schöne unterwäsche zum ausschneiden auf thermopapier hätte auch was naja gut bei unterwäsche ich glaube die ist ja hoffentlich nicht nicht nötig dass man die dann noch umtauscht ebay oder so ja aber die wird doch dann eher später verkauft oder so und ist dann die kriegst du dann da kriegst du noch mehr geld für da brauchst du keinen bon mehr führen aber ich glaube das geht in eine andere richtung weil das hier ist ja ein kinderhörspiel ach so nicht ich weiß nicht ist das eigentlich gute frage ich weiß nicht ich glaube aber das hören hier viele leute die irgendwie gerade frisch morgens aufgestanden sind und auf dem weg zur arbeit sind oder so besinnlich auf dem weg zur arbeit gefällt mir ja und dann hören sie uns hier oh mein gott wie hast du bis jetzt so ein geschenk eingepackt es ich habe verschiedene phasen durchlaufen bisher als ich noch jung war damals habe ich das mit dem geschenkpapier versucht bin aber meist daran gescheitert dass das geschenkpapier immer zu klein war oder viel zu groß das heißt entweder hatte dann das fertige verpackte geschenk eine andere form als der inhalt also meistens so eine art kugel oder es guckte irgendwo der karton raus dann setzte irgendwann das logische denken ein und alufolie und tape damit kann man sich jahrzehntelang über wasser halten es glitzert schön es ist praktisch man hat dass man kann es in jede form bringen und schön strumm schlingen wie eine schlangenhaut alternativ wäre es ökologischer mag gerne auch einfach zeitungen ich wollte gerade fragen hattest du auch eine phase mit zeitungspapier globus werbeplätze geht super wenn man das ein bisschen nass macht haftet das auch ohne irgendwie klebstoff oder tape oder schnur oder so hat man das nicht in der grundschule gemacht so rund um den luftballon irgendwie rum oder so genau dass wir natürlich voll die idee ist aus pappmaché was drumherum machen und am ende das geschenk wieder rausnehmen und das ding verschließen du bringst mich auf ideen ja bitte gern geschehen also ja das mit der alufolie kenne ich auch das problem ist mit dem anderen ja auch also mit dem mit dem richtigen geschenkpapier so wie das die profis machen du brauchst halt auch irgendwie so ein rechteckigen geschenkkarton also das war ja meistens das problem wenn du geschenk zusammengepackt hast also dann du musst halt ein karton haben und manche leute retten sich ja dadurch quasi anbauteile aus wellpappe zu basteln um das ding wieder auf der quader form zu bringen was sie da verschenken wollen um es dann einzupacken okay das heißt das leonardo glas wird noch mal in einen karton reingepackt mit pappmaché genau genau oder du hast ein dreieckigen karton und machst noch ein dreieckigen obendrauf damit das wieder quader form ich habe dinge gesehen das glaubst du mir nicht was ist wenn ich dir jetzt eine lösung nenne und du wirst nie wieder probleme mit dem einpacken von geschenken haben das würde dich quasi zum weihnachts coach qualifizieren ich habe letztens so ein so ein verkaufsvideo gesehen ich weiß nicht wie seriös das war waren irgendwie zwei typen die waren hinten an so einem sprinter und haben da eine verkaufsshow gehabt also die waren schon echt durch und die haben irgendwelche durchsichtigen kisten verkauft und haben gesagt hierfür audio fu und so total geil und so aber ich habe mir das ding angeguckt und werden die das wirklich auf aller unterstem verkaufsfernsehen niveau probiert haben da ihre kisten an den mann zu bringen ist mir einfach der gedanken blitz überhaupt gekommen was voll geil wäre und okay sagt dir sagen die euro boxen etwas also die idee ist genial und die gibt es ja in allen größen also euro boxen für diejenigen die sie die sie vielleicht nicht kennen sollten wobei ich weiß nicht ob es hier irgendwelche menschen gibt die keine euro boxen kennen haben ja ein ein festes maß und also nicht nicht nur ein festes maß sondern viele kennen sie nur in einem festen maß aber die gibt es in allen möglichen maßen und in allen möglichen höhen und klar wenn man die größten vier stück nimmt passen ja von auf eine euro palette da kommt der name irgendwie aber die gibt es auch total klein und die gibt es sehr sehr groß und die gibt es mit decke und ohne decke und die gibt es gelocht und ich weiß nicht wie oft hast du schon das problem gehabt was du bist ja wahrscheinlich auch zu weihnachten irgendwie auf dem weg zur familie mit auto und muss das ganze zeug transportieren ja 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 so und jetzt hast du nicht nur die geschenke die quadratisch praktisch gut rechteckig stapelbar sind sondern du hast das ganze andere zeug das auch irgendwie komisch eingepackt ist und das fliegt dann irgendwie im auto rum oder oder in der bahn oder wo auch immer in der bahn am allerschlimmsten ja ist durch die gänge und der schaffner fällt hin und panik breitet sich aus das ist furchtbar ja handgemenge das ist richtig ja so stapelst die dinge einfach vergang auf eine euro palette nee die euro für unter den weihnachtsbaum mit der palette mit dem hubwagen das ist auch da wieder vorteile ja du kannst die thematisch ordentlich zusammenstellen nicht so ein bunter haufen der einfach so dahin drapiert worden ist alles wild und bunt so hier wie 100 wasser oder so schön gesteckt praktisch ja schlicht unterschiedliche farben gäbe es auch ja und es ist ja auch zeitlos ja das ist wow und im nachgang kannst du es auch noch weiter benutzen geil für was kann ich das alles weiter benutzen also zum beispiel in der küche du kochst ja sehr gerne ne also wenn du mal ein leidenschaftlicher koch ja eine ordentlich große suppe zum transportieren dann ist eine geschlossene euro box das heißt ich kann an weihnachten in der euro box meine suppe mit nach hause fahren in der bahn und nach dem essen mein geschenk reintun der wahnsinn oder es gibt ja hier die gelochten für extra hier gastro zeugs ne kannst hier spätzle reibe zack einfach mal durchdrücken also gut sind jetzt keine spätzle sondern knöpfe ja ich ich habe jetzt eher an der verniedlichung also spätzle knöpfe ist ja irgendwie was kleines die rauten sind ja ein bisschen größer sind eher knöpfe oder spatzen ja sowas in die richtung ja geht auch genial du kannst den alkohol da auffüllen den du für den abend brauchst lose oder in flaschen ne flasche auf rein die long island ice tea box ja zum beispiel mit zwei möglichkeiten entweder du becherst da direkt raus ja hier wie aus dem waschbottig ja oder aber du gehst vorher hin das ist der pro tipp kleines löchlein reingemacht und so ein zapfahn einfach reingeschraubt genial was das was das für möglichkeiten also allein in der küche und wir wollen jetzt mal gar nicht weitermachen was das im büro helfen könnte um einfach mal ordnung zu machen das ist wahr wenn ich jetzt so ein bottig mit alkohol ins büro stelle das wäre sofort ein ganz anderes arbeiten würde ich aber kein zapfahn dran machen sondern ein schlauch also ein schlauch hier aus so einer trinkblase verstehst du ja ja genau kannst du mich die euro box lässt einfach unter dem schreibtisch stehen oder noch besser ins regal oben hin du meinst so physik und so ne da musst du nicht mal dran ziehen sondern es läuft läuft es läuft einfach raus die magensonde des kleinen mannes willst du direkt den zugang legen ja also ich wollte einfach mal so diese diese idee mit detailen mal abgleichen was du so davon hältst aber ich glaube du bist genauso begeistert absolut absolut ich brauche die teile brauchst die teile ja ich muss mal ich muss hier mal mit so einem ich brauche unbedingt so ein affiliate link oder ich muss mal euro box händler werden ich finde auch das einzige was noch fehlt ist so ein geiler euro box verkaufs jingel musik naja das kommt vielleicht irgendwann wenn wenn es wenn es den dazu passenden euro box podcast gibt oh der box cast ja naja vielleicht haben wir jetzt auch ein paar anderen leuten noch paar ideen bereitet wie man geschenk in zukunft einpacken kann und praktisch schenken kann oder das weihnachtsfest ist gerettet würde ich sagen ich denke auch man muss nicht immer nur feierlich denken sondern manchmal auch einfach nur praktisch ja genau das und am ende kannst du einfach die box nehmen und eine box mit den guten geschenken und eine mit den schlechten geschenken machen eine box wo der baum reinkommt eine box wo die oma reinkommt das ist genial aha jetzt muss ich gerade an dexter denken aber der hat es mit plastikfolien gemacht und nicht mit euro boxen was ja auch keine schlechte idee ist andererseits glaube ich mit euro boxen wäre es noch besser gewesen ja kannst du auf jeden fall in der garage besser stapeln als so plastiksäcke ja alles wird besser mit euro boxen mit